Nee, wir stellen uns einfach hinten rein und dann machen wir euer Spiel kaputt. Und dann kontern wir euch aus. Was wollt ihr tun, Strohhutbande? Jo, was machen wir eigentlich, wenn wir den Ball haben? Keine Ahnung, Mann, in die Situation kamen wir irgendwie noch nie. Ich hab irgendwie voll keinen Plan, wie wir überhaupt ein Tor schießen sollen. Äh, ich auch nicht, Bruder, das ist voll unfair, wenn die sich einfach hinten reinstellen. Ja, dann lass mal den Ball nach vorne schießen, oder? Ja, klingt nach nem Plan.